Hallo! Oh mein Gott. Oh, die kriegen wir nie wieder rein! Willkommen zurück auf Flutter Gaming. Ich bin Marvin. Und ich bin Tim. Wir bauen heute diesen wunderschönen Stall weiter. Und Marvin würde suchen Hühner. Bringt das neue Huhn. Nein, das passiert nicht als einziges. Du kannst nur nachts schlafen. What do you want from me? Warum rennst du in die falsche Richtung? Ich bin verwirrt. Hast du meinen? Ja, du musst den Dings ausmachen. Hier. Knopf hoch. Wir haben vor fünf Minuten die Controls neu geleert. Kann nicht sein, dass du es schon wieder nicht kannst. Kannst du mich einfach nur in Ruhe lassen. Ich hole nicht nur einen Huhn, sondern ich sammle die Bepflanzung für das Hühnerdach. Da hinten weiß. Diese blauen. Sollen wir weiß, blau und gelb? Als kleine Erinnerung. Unser Ziel. Komplett ignoriert. Unser offiziell. Ja, die blauen sind schön. Unser offizielles Ziel ist die meisten Hühner in Minecraft Deutschland auf YouTube zu haben. Ich kann jetzt schon nicht. Irgendeiner von unseren Zuschauern, der richtig heftig drin ist, lädt einfach nur ein Video hoch und sagt da drin, dass er mehr Hühner hat. Ich habe übrigens schon drei Milliarden Hühner. Oh mein Gott, wie geil wäre das, wenn das... Lowkey möchte ich eigentlich, dass die ganze Welt voll ist mit Hühnern. Aber alle frei leben. Oh. Wilde Hühner. Gibt es sowas? Können wir nicht das Haus von denen so bauen und dann die Fackeln drumherum machen und dann einfach immer erweitern, immer weiter und weiter. Ja, das wäre ein grunden Ding. So, dass keine Dinge uns gespawnt werden und immer mehr Hühner. Ich würde jetzt langsam anfangen einen Zaun oder einen Wald zu machen, dann machen wir das auf. Oh ja, genau. Da machen wir immer mehr Hühner. Gehen die Herzen von alleine runter? Die gehen nur... Nee. Also wenn... Okay Tim, wo finde ich Fleisch? Äh, 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 Futter? Ja, diese Kulbe da. Kalbe. Kulb. Fleisch, ja? Nein, dass es aufgefüllt wird. Das ist ja so ein Fleisch-Ding. Komm, wir sind jetzt mal zurück ins Bett. Ähm, ja, wir müssen uns mal langsam um mehrere Sachen kümmern. Ich meine, wir haben jetzt eine Verantwortung. Wo ist das? Ich habe so ein Verneutnis. Richtung... Oh Gott, wo bist du denn schon wieder? Was ist das für ein Wald? Ja, gut, dann spielen wir jetzt die Nacht durch, oder was? Äh... Also ich glaube, wir sind da. Achso, nein. Oh, ich darf hier kein Schwert nehmen. Ich glaube, wir sind da. Ja, wir sind da. Warte mal, hä? Was hast du denn in der Hand? Ein Pfeil. Was? You never know, honey. Okay. Ähm... Oder? Ja, dann kommen wir jetzt zurück. Hier, guck, ich habe Pfeil in der Hand. Wer ist der? Keine Pfeil in der Hand. Nein. Kannst du die Samen da reinlegen? Wo reinlegen? Nimm mal die Samen. Und leg die mal da oben rein. Naja, das geht nicht. Dann musst du den Pfeil wieder annehmen. Dein Huhn haut ab. Ich kann nicht mit dir. Weil du... Ja, hau zu. Hau drauf. Hau ihn. Gib ihm. Richtig. Jawoll. Immer drauf. Ja, mit dem Samen. Geh weg. Geh zurück. Oh Gott. Hey. Ich kann nicht mehr. Ich muss gleich einfach uns das Huhn, was mit mir läuft, essen. Weil ich sonst sterbe. Ich habe zweieinhalb Leben und fast keine... Guck dir nicht an. Ich kann nicht. Aber guck auch hoch. Ich meine, du musst hier irgendwo hinlaufen. Oh, da kommt ein Krieger. Hau ab. Ich kann nicht mit dir. Wo ist mein Huhn? Ist egal. Nein. Du explodierst gleich. Ist dein Huhn auch tot? Ah. Oh Gott. Oh Gott, klein. Aber dann ist jetzt... Mein Huhn so am Rennen. Achso, warte. Oh mein Huhn. Nein, du holst jetzt erst das Huhn. Ja, Moment. Jo. Nee, das zählt jetzt nicht als... Warte. Hier. Ich hole morgen das Huhn. Also jetzt. Das ist ein schönes Augen-Wecker übrigens. Dankeschön. Ich habe einfach gar nichts mehr. Okay. Oh mein Gott. Oh Mann. Kann nicht mehr. Aber dafür hast du keinen Hunger mehr. Aber ich... Beste Leben. Nur gestorben dafür und das Huhn verloren. Ich habe mich tatsächlich ganz gut geschlagen. Du hast auf jeden Fall einen Tod gebrochen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Den ersten habe ich entsorgt. Boah, wo warst du denn? Oh, ich habe Buckel. Ich weiß, wo ich war. Ich war hier. Zwei Hühner. Completely disbelief. Oh mein Gott. Du musst mir meine Samen bringen. Aber wo? Oh. Weil ich muss jetzt Auge auf die werfen. Wie süß. Vielleicht finde ich auch hier Gras. Find man in dem Gras hier Samen manchmal? Ja, das Ding ist, dass du halt einfach das ganze Equipment dabei hattest oder nicht? Hast du nicht die Diamantspitzhacke dabei? Ja. Oh, ich habe Samen. Oh. Kommt. So. Ich weiß, wo ich war. Da lang. Wo? Hier irgendwo. Hä? Ja, da so. Irgendwo. Da. Habs. Hast du alles? Ja, das Huhn ist auch noch da. Hast du Samen? Ja, hast du. Komm mal hierher. Sammel deinen eigenen Mist ein. Wo bist du denn? Nach Osten weiter. Ja, da. Hallo. Oh, ich muss die ganzen Hühner mit da hoch nehmen und dann wieder zurück. Na gut, okay. Ich kann dir welche abnehmen. Ich habe auch Samen dabei. Sammle doch die Sachen da oben ein. Nein, sammle du die ein. Mein Inventar ist voll. Ach schon. Geh du hin, ich nehme Hühner. Komm die Hühner. Hau ab. Du bist ja gut. Hallo! Könntest du nicht, dass wir dieses von hier oben auch mitnehmen? Nö. So, kommt mal mit. Ihr seid meine Liebe. Ich fahre schon die ganzen Sachen ein. Ich finde, ich habe mich sehr gut geschlagen. Hast du. Hast du. Die kleinen sind aber auch einfach mies. Ich war auch schnell auf meinem Schwert. Das ist auch für mich was Neues, dass ich das so flott geschafft habe. Habe ich alles hier drin? Hallo. Komm doch mal mit. Ich hab hier was ganz tolles für euch. Die Diamantspitzhacke sollte ich vielleicht einfach... Ja, lass die mal in die Dings tun, in die Truhe. Also... So... Aber ja. Wär's doch nicht so low on health gewesen, dann hättest du richtig... Dann hätt ich das geschafft. Okay, so weiter geht's. Und ja, Leute, wir wissen, dass wir Leinen brauchen. Ähm... Ich hätte so, ihr macht den! Ihr braucht Leine! Ich brauch ein bisschen mehr Gehirn eigentlich. Wir wissen, dass wir Leinen brauchen. Aber wir müssen halt hauptsächlich einen Sumpf finden. Und das... Ich muss erst mal das Huhn finden. Oh Gott, was ist hier denn für ein Loch, ey? Nein, das ist... Ah, sind wir hier rausgekommen sogar? Das hat sogar ein Ei gelegt, ich kann nicht mehr. Renn nicht von mir weg! Hallo! So... Ich finde... Wir haben in dieser einen Folge schon mehr geschafft, als in irgendwie 17 Folgen vorher. Oh, ich hab sogar gecampt. Wie sie alle... Wie sie alle luren! Das ist ne Kuh! Äh, die krieg ich da ja niemals rein. Ich lass sie einfach hier in der Gegend. Nein! Oh Gott, wo rennt sie hin? Straight ahead! Bin die da rein jetzt? Ich kann nicht! Warum? Oh mein Huhn! Wir brauchen so ne Falltür, wo man sie so drauf bringt, und dann drückt beim Knopf und dann fallen sie in das Gehege. Das wäre eigentlich tatsächlich wirklich sehr schön. Wo kommt sie jetzt her? Ich kann nicht mehr. Oh, es geht schon los mit dem Gras. Hast du einen Hut verloren oder hab ich schon wieder neues hier? Warum sind auf einmal zwei da? Ah... Meine Hühner sind beide weg. Ah ne, die gehen auf da. Du hast neue. Oh mein Gott! Du hast neue. Ich hab schon wieder richtig geknallt. Und ich bring richtig schön blaue Blumen. 10 blaue... Wie viel? 32? Nein! 13 andere. Geil! Kann man die Jacko... Wie geht denn die? Hallo? Und so, ähm... Dingsterblumen. Dingsterblumen. Dingsterblumen? Dingsterblumen bringe ich auch mit. Kann man noch was anderes? Irgendwas schönes Grünes oben drauf packen? Oder nur die Blumen? Ähm... Kaktus? Was? Ne. Gibt es noch irgendwas saftig Grünes? Sieht aus. Sieht aus, oder? Kann man da Efeu dran machen? Wir können... Achso, wir können auf jeden Fall hier Gras wachsen lassen und so. Obendrauf? Ja. Also die Großen. Und wir können Efeu. Efeu wollte ich eh dran machen. Das ist ein bisschen aus wie Unkraut. Ich will oben die Blumen drauf machen. Oder können Blumen und Grassing auf ein Feld machen? Ne, dann lieber Blumen. Ja. Es gibt übrigens so richtig hohe Blumen. Die sollten wir suchen. Es gibt so Rosenbüschel. Die sind zwei hohe. Das ist ganz krass. Wie schön. Dann lass uns... Adventure? Dann pack ich die da drauf und dann machen wir das. Wollen wir Adventure machen? Ist da hinten ein Huhn? Ich kann nicht mehr. Warum sind hier überall Hühner? Ich kann die nicht stehen lassen. Die werden alle gefressen. Komm her. Wir holen uns mal Leinen. Wir holen uns Leinen. Das wird besser. Ey, Marvin wird aussehen wie so ein Gassi-Führer. Ich kann. Guck, wie die ganzen Hühner kommen. Äh, was wollte ich machen? Der Hühnerflüsterer. Der Marvin Magnificent. So. Marvin Magnificent, der Hühnerflüsterer. Ich schwöre, wenn ihr alle so ein Fridolin-Move macht. So. Seid schnell weg. Läuft überhaupt richtig? Ich glaube, es läuft komplett falsch irgendwie. Oh Mann, ich habe hier zu wenig Inventar. Woher weiß ich denn, wo ich hin muss? Nach Westen. Oh, was sagt mir jetzt die Sonne? Sag du es mir. Die geht nach Westen gerade. Richtung Westen geht die. In die Richtung muss auch. Ich glaube da. Die bewegt sich. Ne, da ist es nicht. Oh, da noch. Da ist recht. Frech. Habe ich dir Quatsch erzählt? Warte mal. Direkt, ich ertrink die ganzen Hühner. Oh, jetzt sind die Hässlichen hier unten. Ach ne, ne? Ach ne, du musst nach Osten. Wir sind im Osten. Ach. Also genau die andere Richtung. Ja. Super. Schön. Wo war das jetzt? Oh, die Sonnenscheiße hier. Ja, nach da. Nach rechts. Willst du mal einen Kompass? Warte mal. Ich check das jetzt ab. Oh, ich hoffe, der zeigt so ein Dings. Also nach hier. Oh nein, wir haben nicht genug. Ach doch, komm mal. Die Folge wird schon wieder langzweilig. Ja, komm an jetzt. Ich kann nicht. Komm ran. Guck bitte alle auf Tims Bildschirm. Okay, guck alle bei mir. Da ist es. Ich seh es. Okay, sehr gut. Oh Gott. Ich komm mit den Hühnern. Eisen. Oh mein Gott. Wow. Hat das scharf geschissen? Ne, es hat gefressen. Na gut. Das hat so ein Kruch gemacht und dann ist so viel braun geschmatscht und dann... So viel braun gesprüht. Ja wirklich. Hier lang. Warum sind Hühner so langsam? Ich kann nicht mit denen... Wo muss ich hin? Oh Mann, das ist so flottrig. Oh, ich kann auch diese Steuerung nehmen. Wenn ich wenigstens die Hühner... Und wieso, wieso Minecraft zeigt der Kompass nicht zum Bett? Weil es nicht immer nur ums Bett geht. Eigentlich schon. Oh, das ist doof. Ich freu mich, wenn ich jetzt endlich ankomme. Weil dann kann der endlich los. Komm weg jetzt. Die Hühner sind so langsam. Ich kann nicht. Bewegt euch. Da hinten ist noch ein freies. Nein, das hast du nicht gesehen. Das ist eine Fata Morgana. Jetzt komm her. Ich seh es ganz genau. Wo bist du denn? Da. Aber dahinten. Siehst du die? Actually. Ren. Anni, dann verliere ich die bestimmt. Ich kann nicht. Wo sind die hier? Ich wollte eine Schere. Das ist meine Truhe. Da spawnt Minecraft ja noch immer 7000 Hühner. Die wissen halt, was du willst. True. So, einmal mitkommen bitte. Oh, da liegt ein Ei. Schere. Das Inventar bitte. Danke. Kannst du bitte kurz gucken, wie ich schon wieder mit 4 neuen Hühnern ankomme? Huuu. Wieder auch einfach eine Langstraße. Einmal bitte mitkommen. Wie kommen die da jetzt rein? Und die ganzen hier so. Hallo? Huh? 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 Oh Mann. Ich habe Angst, dass das Huhnschlag. Oh Gott, oh Gott. Hupsi. So einmal hier rein. Bitte einmal alle rein. Komm bitte. Oh ho 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 ho. Einmal alle. Huuu. Hast du das abgebaut hier? Oh mein Gott. Was ist denn das schon wieder? Ich schmeiß es raus. Warte. Wo ist das Tor? Da. Hast du es jetzt genommen? Ähhhhh. Ja. Ne. Doch. Da oben. Wieso habe ich denn jetzt zwei von... Wieso habe ich denn jetzt drei Scheren? Kannst du bitte das Tor zu machen? Ich habe das Tor nicht. Ich fühl mich etwa... Das hast du. Ich hab sie doch gerade eben da hingeworfen. Nein, das war ein Ding. Oh Mann, das ist so... Hier. Wie lege ich das hin? Ja, wirf auch raus und... Machst du es? Ja. Gut. Mach mal zu bitte. Gata. So. Ne. Komm schnell. Ich hab 14 Eier. Oh Gott. Nein. Sie wollen schon wieder raus, ey. Ey. Ja, wann kommt die jetzt nicht mehr raus? Das ist halt das Problem jetzt. Was machst du? Ich versuch Eier. Du blöde Kuh, geh weg doch hier. Wir brauchen meine Kinder. Jetzt hör auf, da so viele reinzustopfen. Oh, ein neues. Beste Leben. Name? Dumpfbacke. So, wie komme ich hier wieder raus? Dumpfbacke, ey. Das Efeu geht ja nicht mehr. Soll ich jetzt wieder rauskommen? Du hast das Efeu zugebaut? Ne, hauptsächlich haben wir hier oben jetzt... So, du musst hier durchs Gatter. Dabei wird's Schwund geben. Okay. Aber... Drei, zwei, eins. Renn. Einfach nur das eine Huhn drauf. Okay, renn. Das Huhn! Ja, komm ran. Und renn. Na gut, vier rein, zwei raus. Das ist ein guter Schnitt. Nein, das geht so nicht. Wo sind meine eigentlich? Hier, einmal her, komm bitte. Ach, das Gatter kann man einfach öffnen? Ja, mit links. Das wusste ich nicht. Ich hab's vorher kaputt gemacht. Rein, komm bitte. Hallo. Einmal hier her, bitte. Einmal rein. Ich kann nicht. Ich kann nicht alles. Die rennen auch alle raus. Oh nein, ich hab das Ding vergessen. Reinkommen bitte. Einmal rein. Und rein. Ne, hallo. Reinkommen bitte. Hallo. Reinkommen bitte. Ich bin hier auch beschenkt. Hallo. Entschuldigung, was macht sie da hinten jetzt? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Herkommen. Es wird schon wieder dunkel. Wir haben schon wieder nichts gemacht. Schimp. Ich kann nicht. Alle draußen. Oh mein Gott. Oh, die kriegen wir nie wieder rein. Kommt rein jetzt. Kommt rein. Rein bitte. Einmal rein, bitte. Reinkommen bitte. Du musst zurückkommen. Oh jetzt. Warte, warte. Ne. Okay. Pass auf. Wir machen das jetzt. Bist du draußen? Nein! Nein! Ich kann nicht mehr. Es ist so anstrengend mit diesem Gatter. Completely disbelieved. Oh man. Ich mach jetzt ne. Nein, wir machen jetzt ne. Die Folge muss hier glaube ich schon aufhören, weil die Nerven zusammenbruch. Warte. Vielleicht schneide ich das weg. So gut, jetzt rein, rein, rein. Komm raus. Ne. Du blöde Fotze. Actually, du hast es nicht verdient bei uns zu sein. Oh jetzt muss ich noch raus schneiden. Sibylle die 15. Verstoßen. Oh. Du musst nicht. Du kannst doch drin lassen. Okay. Soll ich die Blumen drauf dingsen? Erst schlafen. Wir haben einen Huhn verloren. But actually, I don't care. Sibylle unsere Liebe nicht. Wir gehen jetzt schlafen. Es ist jetzt. Fuckin. Dann können wir jetzt noch kurz das oben beschmücken und dann die Folge beenden. Genau. Boah. Beste Leben. Gibt es die Dumme noch? Na egal. Ich gehe jetzt aufs Dach. Oh schön, darum ist Schnee voll. Die müssen da stehen bleiben übrigens erstmal. Damit das Gras hoch wächst. Wir wollen kein Grasdach. Doch Jürgen, so ein Grasdach. Also einfach grün. Grün, ja. Abpflanzen kannst du gleich hinsetzen. Wie setze ich die? Oh. Oh. Geil. Mmm. Süß, gerne. Und dann? Ist gut. Kann man auch hier was hinsetzen? Nee. Nur da. Auf die Erde. Oh. Das ist richtig schön. Ich glaube, das ist das Schönste, was wir bisher gebaut haben in Minecraft. Können wir oben nicht auch Hühner hinpacken? Willst du so eine Treppe nach oben machen, oder? Oh mein Gott. Den Hühnerturm. Wo die ganzen Hühner so mit Ausblick und View. Schon iconic. Aber da machen wir ein neues Gebäude für. Ja, das legen wir neu an. Während die hier komplett in über... Wir brauchen... Pass auf. Als nächstes... Juuu. So kleine. Ich hole mal Stein. Da machen wir so einen Zaun. Ja. Und dann zäunen wir das ganze Gebiet hier mal ein. Dann können wir nämlich das ja aufmachen. Mhm. Okay. Dahinter die hellen. Wahrscheinlich besser. Und dann hier und da. Wie komme ich denn jetzt zum Stein ohne zu sterben? Oh, ich habe keine mehr. Hm. Was ist das für ein Ding jetzt? Ah. Oh, wie schön. Na ja. Ein bisschen Farbe können wir machen. Und bei euch so Leute? Und wie findest du das? Ich glaube das sieht echt langweilig aus. Was ist mit dem blauen? Hast du nicht blauen? Doch ja, aber... Eigentlich sieht es süß aus. Oh, geil. Warum hilft da so ein grüner Ding? Geil. Jelly. Das ist richtig gut. Aber ist das jetzt schon unser schönes Ding? Das soll jetzt Premium sein. Digga. Können wir den Wasserfall von oben runter machen vielleicht? Oh, das wäre doch schön. So dass von oben das Wasser... Actually, ich komplett Animal Crossing mäßig. Können wir von oben den Wasserfall runter machen? Ja. Äh, du brauchst Eisen für den Eimer. Actually, wir brauchen eine neue Folge. Was? Schon? Ja. Ja. 43. Oh, ich mein, komm. Ein bisschen können wir noch. Ich kann ja nicht mehr... Wo ist jetzt der... Oh, sagt mir jetzt nicht in den Kommentaren. Tim, der ist da runter gesprungen. Das haben wir genau gesehen. Denn das wäre richtig sad. Das Fliegermaß. Wie? Aber wenn wir hier jetzt Wasser runterfahren lassen, dann geht das ja in die Hühner rein. Äh, wir müssen das so ein bisschen navigieren, ja. Also wir könnten zum Beispiel Wasser hier, so, äh, da links in das Holz. Und dann macht das hier so blub, blub und kommt hier so runter. Und dann müssen wir hier aber einen Graben buddeln, der dann... Oder wir machen nur einen Teil, dass das nur da... Ich buddel den Graben. Ja, aber, äh... Was aber? Naja, wir haben die Betten da jetzt. Nee, wir nicht. Ja, aber das lass stehen. Damit das Gras dann noch hochwächst. Warte mal, guck nochmal eben. Aber hier komm ich. Ja, aber willst du halt vorne runter wachsen lassen? Ja, aber das läuft dann hier so rum. Wo soll der Wasserfall hin? Überall soll erheben. Überall soll erheben. Da, wo jetzt das Efall ist? Nee. Von vorne wäre auch ganz süß. Ist ja auch ganz süß, ja. Ich mein, das kommt ja eh auf hier alles. Ja, guck mal, man kann... Oh. Ist das okay oder fallen die da jetzt rein? Noch ist okay. Auch wenn ich das da mach? Was mach ich hier eigentlich gerade schon wieder, Leute? Guck mal, und dann hier so. Ja, ja, sieht gut aus. Ups. Und da muss das unten noch sein. So ist doch okay, ne? Guck, da ist noch Gras zum Hochwachsen. Ja, ja. Guck. Wow. Aber was machst du denn so ein Graben drumherum? Ja. Und daher saufen die wieder. Du, du hate it. Aber das sieht schön aus. Nein, wir lassen die dann nur... Wir bauen denen einen Weg drumherum. Weißt du, wir können doch hier dann so einen Zaun machen. Weißt du? Ja, mach einfach mal. Ich finde die Idee gut. Ich unterstütze dich da. Ich stelle die Betten eben gut. Achso, äh... Du stimmst jetzt um, oder was? Ja. Du fällst so, Bett weg. Du so irgendwo gesprach. Oh Gott. Wenn du jetzt fällst, wirst du irgendwo gespawnt, oder? Ja, am Anfang wieder. Vor allem am Anfang der Folge, ähm... Ich hatte das eigentlich mit einem anderen Account gespielt. Übers Internet. Und halt mein ganzer Kram ist einfach auf einem anderen Account. Und... Ja. Uns war nicht klar, dass wir einen halben Kilometer gelaufen sind, bevor wir hier angekommen sind, wo wir jetzt gerade sind. Das heißt, ich muss erst schon zehn Minuten durch die Gegend rennen. Und wenn ich jetzt wieder von vorne kommen muss... Boah. Wow, ich liebe, wie ich sogar die Werkzeuge wechsle. Wow, ich bin mittlerweile echt ein richtiger Pro. Außer, dass ich in der Kettentäge stehe. Aber okay. Und, äh... Komplett die Löcher hier reinbauen. Also ja, wir machen jetzt ein bisschen die Hühner und den ganzen Kram. Aber einige haben auch schon gefragt, selbstverständlich gehen wir bald in den Nether. Da führt kein Weg dran vorbei. Und Marvin mal ein bisschen zeigen. Ein bisschen Spaß haben, ne? Das klingt irgendwie sehr gefährlich. Da, da, da. Halt mal vom Down. Aber... Das ist entspannt. Und ja, zack, zack, zack. Von wie kann ich denn jetzt hier... Schirr hoch? Ich muss ganze Scheiß mal aufhören, die ich hier verkackt hab. So. Raus hier. Ein bisschen Eisen kloppen. Ohhhh, ich mach immer alles falsch. Was machst du denn gerade eigentlich? Ich mach den Graben. Okay. Ohhhh... Disbelieflich. Ich habe ein Problem. Ich kann nicht... Ich hatte doch Buckelhörn! Das einzige, was ich sehe, ist, du bist gestorben. Oh, ich hatte... Und du hast mein scheiß Bett abgebaut! Ich dachte, du bist ein Pro. Was machst du da eigentlich? Ich mach nen Graben. Ohhhh... Ich hab dir schon mal... Du kannst dir jetzt aussuchen, auf welcher Seite du begraben werden möchtest. Oh, ich bin... Denn der Graben ist groß genug. Ohhhh... Beste Leben! Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Oh, Quatsch. Jim darf in der nächsten Folge nach Hause finden. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm... Ja... Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und einen Daumen da zu lassen. Scheiße! Das ist der beste Kanal, actually! Bye-bye! Gute Hornheit ist so ein Quatsch, ey! Wieso baut ihr auch das scheiß Bett ab?